hallo und herzlich willkommen ich bin heute wirft die jahr nach dem ticket und heute habe ich das spiel star trek fleet command viel spaß und da sind wir und es geht los also einfach so viel gedrückt ok und rückruf verwalten ich kann ihn auch besser das ist doch mal cool verwaltung ah einer fehlt noch schade ja level 8 5200 und da ist ein andermal ok die ganze für die truppe ein andermal ein andermal ein andermal ein andermal gut sie gehören also alles zusammen noch in der herrige hier juli juli die ja du mir Die sind unterwegs Das ist die Sterbenflotten Akademie. Gut zu wissen. Erstmal Geschenke abholen. Eins. Zwei. Drei. Recute. Recute. Drei. 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 Woran kann ich unterscheiden, ob sie ein andermal oder die Sternflottenakademie sind? Die in Schiff B war ein andermal, Schiff A, Sternflottenakademie, auch sonst würde ich sagen, kann ich dich unterscheiden. B und A, gleich Anzüge. Okay. 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 das hier auch haben ach so ist Schumax hier auch schon hier auch schon hier auch schon ok starten klub klub weg sind sie die nächste der ist unter x 95 94 Ok, das wirft schon unterwegs. Ah, immer noch nicht. Schlecht immer noch Zunahme. Forschung und Immobilien. Immobilien. Gehen wir erstmal auf die Forschung. Ah, nicht Kampfen. Station. Schneller bauen geht noch nicht. SR15. Das ist noch nicht gegangen. Das auch nicht. Das wäre Fusion. Und das wäre auch nicht gegangen. Das wäre besser gewesen, glaube ich. Ah, Mist. Beim nächsten Mal. Gut, dann sind wir jetzt dabei, ein Gebäude zu bauen. Hier ist ein leerer Platz. 1. 2. Wie oft war das? Immer zweimal oder einmal? 2. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 4. 5. Und was wird vorgeschlagen? 4. 5. 5. 5. 5. 9. 10. 10. 10. 10. 11. 11. Ok Ok Ne, da kommt nichts mehr Da müssen die anderen noch auf 13 sein Ok Was ist das? Ok Schusshanger noch nicht weiter Nehmen wir mal den hier Verteidigungsplattform Ok Ok Dann müssen wir mal schauen Was die Verteidigungsplattform da so hat Da müssen wir erstmal raus gehen Außen Ok 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 Guck mal Ich kann nur ein Schifter draufladen Auf der Plattform aber ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5 5 solche Stege Die Woche fangen Wenn nur ein Schiff passt drauf Schweinei Gut Dann halt die Basis Jetzt erstmal fertig Dann werde ich einmal kurz gucken Nach den Quests Nach den Missionen Nach den Missionen Außen Team ist unterwegs Holt das Paket Also da hin Nehmen wir den Das geht nicht Bis die G5 Stufe 12 Bringe den Ok Der ist 2 Minuten unterwegs Und der andere 4 Minuten Uiuiuiui Dann schauen wir mal Was hier für ein roter Punkt ist Ok Puzzleteil für Recruiten Und hier Nachrichten Hier kann ich noch was abholen Oh ich spiele schon 10 Minuten Oh ich spiele schon 10 Minuten Ok Ok Ah der ist gleich schon da Warte Ok Na Oder Jetzt Da gibt es Pumuschbar Start Ich Ok Ich Ich Also Ich 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 Willkommen. Also hier sind es alle Level 5, 6 und 7, also keine Schweine gegnern. Gut, dann schauen wir mal weiter. Warten. Los. Dann ist es unterwegs 1 Minute 30. Okay, gut. Und hier haben wir Verwalten. Dann gehe ich auf Verwalten. Ach ja. Warten. Sehr schwer. Nee. Dann will ich das nicht. Keine Mission. Da kann ich empfangen. Das ist ja schwer. Nee, bitte ich auch nicht. Okay. 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 Wir haben das Paket. Ähm. Einmal kurz ordnen. Dann haben wir sonst noch was. Okay. 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 Das hat er mit 6000. Nee. 2000. Einfach. Einfach. tut mir leid ich glaube ich muss dich besiegen okay tut mir leid ich glaube du hast mich besiegt ja gut dann kann ich mit denen nur noch er zu weit ja 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 Ja. Ja. Ein bisschen zu nah dran. Okay, sonst noch was hier. Nichts, gar nichts. Gut, dann schauen wir mal weiter. Wir sind vorbei. Level 12er. Hm. Schaff ich das? Ein 12er? Sehr einfach. Ich bin stärker. Ach, das ist gut. Dann machen wir hier mal die fünf Stück kaputt. Ah, da bin ich schlecht da drin, aber ist immer noch sehr einfach. 12. 12. 13 würde glaube ich auch gehen, aber ich ziehe über 12. So. Das ist auch noch einer. Und noch einer. Ja, super. Ja. Okay. Ok, der Letzte. Quest fertig. So, das haben wir. Lassen vorbei. Einsam. Sind wir bei. Schau ich nicht. Los. Warten. So, wenn der jetzt gleich erst mal abbaut. Schau ich mir zehn Minuten rum. So. 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 und die ist auch voll die haben wir voll gemacht, die haben wir voll ihn haben wir voll und sie ist auch voll passt gut, warten angriff bitteschön, bitteschön dass wir dich gerettet haben und der hier schwer ok, dann den nicht und da ist noch einer auch schwer ne, dann lieber nicht hatte ich beim anderen Vorteile ja, Vorteile hat er es trotzdem über 1000, 300 stärker ne ne, ne, ne ok dann einmal zurückfliegen außen und innen warum hm, was war das hm, keine Ahnung warum ist bei denen hier so rot dass man den aufleveln kann und bei den rechts daneben nicht ist doch eigentlich das gleiche Gebäude kann ich aufleveln? kann ich nicht aufleveln hm hier auch ich weiß es nicht Okay. Ich glaube, nächstes Mal mache ich die Akademie weiter. Ich kann jetzt gerade gar nichts machen, ich warte nur auf den hier, dass das zurückgekommen ist. Einfach. Ah, genau, das wird mir was sein. Jetzt, da ist noch ein Level 10er. Favorit. Das sind drei Aufgaben, ich bringe ihn einmal zurück. Und den auch noch als Favorit reinsetzen. Dann mache ich die letzte 10er noch fertig. Da habe ich mal auf dem Warten, was tauscht, oder? Okay, dann muss ich den gleich mal überfliehen. Okay, dann muss ich den gleich mal überfliehen. Guck mal. Hier sind Überplanete, wo man andocken kann, ja? Und genau an dem Planet, wo ich bin, ist noch ein anderer mit dabei. Okay, er ist Level 8, und ich bin Level 13. Spende machen, bitteschön. Ein bisschen freundlich. So, der Rente schädigt. Angriff. Und 30 Minuten. Okay, so... So, ich... ... Gut, gut, gut. Wie lange fliegt der da hin? Und ein 13er muss ich besiegen, ist ja auch gleich hier, ist doch schon mal gut. Auch einfach. Ich muss jetzt nur 2 Minuten 30 warten. Den kann ich nicht. Den kann ich nicht. Den machen wir gleich mit. Ist noch was hier in der Nähe? Nichts. Ha! Einen Mitspieler kaputt machen? Nein, machen wir nicht. Das ist in einer Gelde drin. Das ist gut, ne? Das ist gut. 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 Jawoll. Oh, schon wieder so weit zum Fliegen. Aber jetzt haben wir ja die Questreihe angefangen, ne? Ach, warum ordne ich denn das? Ich wollte es noch als Stern markieren. Naja, die schaffe ich nicht. Würde ich schon schaffen, aber nicht jetzt. Ich bin jetzt in der Nähe von meinem Heimatplanet. Parmastahl. Das andere, da ist auch Parmastahl drin. Parstahl. Ich sag immer Parma. Keine Ahnung warum. Parstahl. Parma ist ja Schinken, ne? Parmaschinken, genau. Tritannium. Parstahl und Tritannium. Parstahl und Tritannium. Parstahl und Tritannium. Parstahl und Tritannium. Naja, ich muss mich schon fertig machen. Aber die Quiz 3 mache ich noch. Fertig. Das mache ich noch. Ja. Wo ist denn die Quest? Da ist sie. Das. Okay. Noch eine Truhe öffnen. Ach, ich muss jetzt ein paar Stahl abbauen. Ach so. Ja, nee. Ist klar. Dann machen wir es einfach so. Halten. Der ist so eine halbe Stunde unterwegs. Und den schicke ich dann da hin. Gut. Und dann würde ich mir sagen, das war es für heute. Spiel beenden. Jawohl. Dann sage ich mal, Dankeschön für die Zuschauer. Und ich würde mich freuen, wenn ihr euch dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.